Wir müssen uns verabschieden, aber wir haben zum Schluss noch einen super Interpret. War früher der Liedsänger von den Babys, vor wenigen Wochen noch die Nummer 1 in der amerikanischen Hitberate mit Missing You. Und heute haben wir ihn mit seiner neuen Singleplatte hier bei uns. Trump White und Tears, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020